In der 1989 von dem Ehepaar Doktores Michael und Susann Yvonne Mialjevic gegründeten tierärztlichen Fachklinik in Ravensburg gilt unser besonderes Augenmerk den Klein- und Heimtieren. Unser Leistungsspektrum umfasst alle Gebiete einer auf dem neuesten Stand der Kleintiermedizin geführten Fachklinik. Als Überweisungsklinik mit einem überregionalen Einzugsgebiet arbeiten wir auf höchstem wissenschaftlichen Niveau. Basis hierfür ist eine sorgfältige und exakt dokumentierte Diagnostik. Einer der Schwerpunkte unserer Klinik ist die Abteilung für bildgebende Untersuchungsverfahren. Neben dem digitalen Röntgen, der Sonografie und der Endoskopie setzen wir bereits seit 1998 als eine der ersten deutschen Kleintierkliniken die Computertomographie routinemäßig ein. In unserer chirurgischen Abteilung werden modernste Operationsverfahren praktiziert. Dabei wird das gesamte Spektrum der Notfall-, Weichteil-, Knochen-, Gelenk- und Neurochirurgie angeboten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abteilung für Tierzahnheilkunde. In der seit über 20 Jahren bestehenden Abteilung für Tierzahnheilkunde werden alle Zahnpatienten mit einem hochmodernen dentalen Zahnröntgensystem untersucht und nach einem vorher mit den Patientenbesitzern abgesprochenen, individuell angepassten Therapieplan behandelt. Die Tatsache, dass in den letzten 20 Jahren die Anzahl der in der Klinik vorgestellten Reptilien und Vögeln zugenommen hat, hat uns dazu angeregt, sich auch auf diesem Gebiet zu spezialisieren. Bei Erkrankungen von Reptilien sind allgemeine Untersuchungsverfahren in der Regel nicht ausreichend. Meist ist es notwendig, die entnommenen Proben bakteriologisch, mykologisch und pathohistologisch zu untersuchen. Selbstverständlich beraten und unterstützen wir Sie in unserem Pet-Wet-Shop auch in Ernährungsfragen. Nicht nur unsere Tierärzte und unser Fachpersonal werden ständig weiter geschult. Auch die Klinik selbst veranstaltet regelmäßig Fort- und Weiterbildungsseminare für Tierärzte, aber auch für den interessierten Tierbesitzer, damit sie lange Freude an ihrem Tier haben. Ihre Tierärztliche Fachklinik für Klein- und Heimtiere, Herr und Frau Dr. Mihaljevic, Dr. Sieberts und Dr. Sonntag. Untertitelung des ZDF, 2020